Und damit willkommen zurück bei Detroit become human wir sehen jetzt gerade wieder bei Kara ich glaube beim letzten mal So waren wir nicht einmal unterwegs mit Kara oder Alice oder Luthor ich glaube da haben wir alle versprungen so wir fragen jetzt erst mal Luthor Gut dass Slutko ein Auto hat so muss Alice nicht wieder durch die Kälte Es stand immer in der Garage ich weiß nicht ob Slutko es jemals benutzt hat Die Leute die wir treffen wollen woher weißt du von ihnen Von den androiden in Slutkos Haus sie sprachen von Menschen die androiden über die Grenze bringen Wenn es gelogen war oder noch eine Falle Ich weiß nur dass die androiden es glaubten bis Slutko sie umbrachte Was kann man hier machen? Ist die öffentliche Meinung jetzt runtergegangen? Scheiße Das sieht nicht gut aus Bleib sitzen Alice Also ich weiß ich bin gerade bisschen verwirrt war das jetzt wegen Slutko gerade also weil wir den quasi umgebracht haben? Das wäre jetzt natürlich scheiße Was sollen wir jetzt machen? Keine Ahnung Zu Fuß gehen schätze ich Es ist eiskalt, Alice schafft das nicht Wir brauchen einen Platz zum übernachten Hier gibt es keinen Platz zum übernachten Cara Mitten im Nichts sind wir jetzt einfach stehen geblieben Und Alice sitzt jetzt im Auto oder wie? Sagen wir die da jetzt nicht mitnehmen wenn wir jetzt hier weggehen? Wir suchen jetzt eine Unterkunft ok aber sagen wir jetzt nicht mehr unten her ok gut Dann halt nicht Zumitten im Nirgendwo finde eine Unterkunft ok Hier ist auch ein Platz Da drüben Da drüben Warte was Wir brauchen eine Unterkunft Wir müssen aus der Kälte raus Scheint schon länger geschlossen zu sein Ach ja Das erstmal gucken So wo sind wir denn jetzt? Hier unten sind wir Oh Gott Ok hier geht es einfach nur geradeaus Wahrscheinlich ist Ja Ja Ich habe die Steuerung total unter Kontrolle Hier hinten Hier hinten ist dann so ein Karussell Achterbahn Hm Ich geh mal einfach mal hin da Hier kommen die mit her ne? Ja Hier kommt die mit her ne? Ja Boulder Was gefunden? Nein Nichts wo wir übernachten können So wir können doch mal hier ok genau so Da hinten ist noch irgendwas Hier ist noch was Ok gucken wir hier mal Aber um ehrlich zu sein sieht das alles nicht so safe aus Zumindest Na ja Sicher ok vielleicht Aber halt nicht so wirklich warm für alles Ach hier Aber acht Die Gefahr lauert dort wo man sie nicht vermutet Boah ne Wenn im Dunkeln hier einfach so ein Riesentipp auf das zukommt ist nicht gerade angenehm Hallo Willkommen im Piratenland meine lieben Hier haben alle einen Mordspaß Willkommen im Piratenland meine lieben Hier haben alle einen Mordspaß Wieso hat er jetzt so lange durchgehalten und sobald wir ankommen Dann stoppt der oder was Scheint der auch mal ein Druid zu sein Scheint der auch mal ein Druid zu sein Wollen wir mal gucken So wir sind jetzt hier Das sieht schon cool aus Aber die Musik ist so ein bisschen unheimlich Mal gucken Hier sind schon ganz weit hinter Mir fällt alles auseinander Wird nicht leicht einen Schlafplatz zu finden Ist völlig nervös von einer an der andere Ecke zu rennen Ist bestimmt auch die beste Idee Dann ist das Karussell Karra Das solltest du dir ansehen Ich hab was gefunden Ich würde mich ja gerne umgucken Aber Ich glaube das ist jetzt nicht so Wir sehen uns weg Unsere Mission Ich mach das Einmal fein Einmal fein Und dritt die Tür auf Na bitte Wir werden nichts besseres finden Machen wir es uns gemütlich Ich mach ein Feuer an Da liegt wieder irgendwas zu lesen Wir lesen einfach mal Weil scheinbar haben wir ja gerade mal ein bisschen mehr Zeit Ja gut okay Das ist wieder was Hosa Muss ich mir jetzt nicht unbedingt geben Androidenband Anwärter auf Musikpreis Okay Gibt es eigentlich sowas Wo künstliche Intelligenz irgendwie Musik oder irgendetwas in der Art macht? Also irgendetwas kreatives Müsste man vielleicht einfach mal googlen Aber Ich mach das Feuer hier Dann stört uns der Rauch nicht so Okay So wir sollen jetzt erstmal Können wir mit Alice reden? Ne Wir sollen erstmal ein Feuer machen Warte ne das mach du da Wir sollen ein Bett herrichten Was ist hier? Okay Die Waffe die haben wir ja doch schon die ganze Zeit Oder? Keks anbieten Jawoll Es sind noch Kekse da Möchtest du welche? Nein ich bin nicht hungrig Die hat nie Hunger Okay Da haben wir geprüft Was sollen wir denn jetzt ein Bett für Alice herkriegen? Ja was ist das? Ein Bild von der Familie R A9 R A9 Also waren ja auch schon Abweichler schon wieder Wobei ich ja immer noch nicht verstehe Warum Alle Abweichler R A9 irgendwo hinschreiben müssen Aber Cara nicht Und Markus auch nicht Also Ne Die schreiben jetzt ja gefühlt nirgendwo hin Aber okay Vielleicht kommt sie ja noch raus Zufällig liegt der auch noch im Kissen Perfekt So Feuer ist an Der Pirat der stinkt nur ein bisschen Ich weiß nicht dass das auch noch so ein Android ist der auf einmal uns einspringt Alice? Glaubst du wir sind eines Tages wie sie? Wenn wir über die Grenze sind fangen wir neu an Du kannst in die Schule Vielleicht finde ich einen Job Genau wie sie Wie alle anderen Dass wir beide zusammen sind Das ist alles was zählt Na komm Es ist Zeit fürs Bett Wir haben irgendwas noch nicht gemacht Dahinten sind irgendwas Ach ne das haben wir gelesen Okay Gucken wir mal hier raus Da reden wir mal mit Alice Schlaf gut Alice Schlaf gut Alice und träum schön Hm. Es war einmal ein kleines Mädchen, das sehr unglücklich war. Es wollte so gern wie die anderen Mädchen sein, aber... Es wusste, das war nicht möglich. Dann traf es einen Roboter, der auch sehr unglücklich war. Die beiden beschlossen, zusammen wegzulaufen, um ein besseres Leben zu finden. Unterwegs lauerten sehr große Gefahren, aber... Sie hielten zusammen und konnten so alle überwinden. Unterwegs trafen sie... ...einen anderen Roboter, der seinen Meister verließ, um sie zu beschützen. Wie geht die Geschichte zu Ende? Hm. Sie fanden den Ort ihrer Träume und lebten dort glücklich zusammen. Geschichten haben immer ein gutes Ende. Aber in echt ist das nicht so. Zeit zu schlafen. Morgen liegt wieder ein sehr langer Tag vor uns. Kommst du und sagst mir Gute Nacht, Luther? Ja. Ja, natürlich. Gute Nacht, Alice. Schlaf gut. Schlaf gut. Mein Liebesmädchen. Ja. Sie ist sehr tapfer. Hast du je gehört von RA9? RA9 war der erste, der erwachte. Eines Tages wird unser Volk anführen und uns befreien. Erinnerst du dich eigentlich an dein Leben? Vor Slutko? Nein. Mein Modell wurde für schwere Arbeit entwickelt. Vielleicht war ich Hafenarbeiter oder in einer Fabrik. Wer ich war, ist nicht mehr wichtig. Das war nicht wirklich ich. Kara. Ist dir jemals was aufgefallen? An Alice? Nein, worauf willst du hinaus? Kara! Was? Wer seid ihr? Was macht ihr? Lasst uns in Ruhe! Habt keine Angst. Wir tun euch nichts. Wir sind wie ihr. Wir heißen Jerry. Wir haben hier im Park gearbeitet. Wir wollten euch nicht erschrecken, aber manchmal kommen Menschen, um uns wehzutun. Da wollten wir nachsehen. Was macht ihr hier? Wir brauchen einen Platz zum Übernachten. Morgen sind wir wieder weg. Ein Mädchen? Wir haben lange keins mehr gesehen. Die Kinder waren so gerne hier bei uns. Sieht traurig aus. Die letzten Tage waren schwierig. Wir haben etwas für sie. Etwas Lustiges. Wird dir gefallen? Will sie es sehen? Oh, ich glaube nicht. Dann soll sie mitkommen. Alice, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Komm schon, Cara! Ich glaube, du hast keine Wahl. Boah, wie gerade reingestürmt sind in die Bruder. Na gut, Alisson. Wir wollten mal nachsehen. Aha, so ist es also. Sei unser Gast. Einschalten. Die kleine geht bitte an Bord. Das Karussell wird sich gleich drehen. Morgen. Morgen. Untertitelung. Sie lächelt zum allerersten Mal. Bisher gab es ja auch nicht viel zu lächeln. Das war ja auch mal eine schöne Geschichte für zwischendurch, oder? So, bisher immer so ein Haufen Leute irgendwie gestorben, oder, ja, wir hatten diverse Mutfälle, aber so eine Geschichte für zwischendurch ist eigentlich mal ziemlich schön. Alice hat jetzt auch mal wieder gelacht. So, irgendwas haben wir natürlich wieder nicht gefunden in der Kneipe, aber okay. Ist halt immer so. Ich glaube, so viel müssen wir dazu jetzt gar nicht erzählen. Ich glaube, auch das, was wir hier jetzt gemacht haben, ist jetzt nicht weiter wichtig für die Endstory, aber es war mal ganz schön. Wir hören coole Musik für uns allein, oder was? Erstmal wieder scannen. Lage Besprechung mit Hank. Okay. Da liegt irgendwas? Wahrscheinlich ein Magazin. Zeitung, irgendwie sowas? Yo. Der mysteriöse Mr. Kamski. Erzähl mir mehr. Ach, quasi der Gründer von den Androiden. Seine Geschichte beginnt 2018. Na, da bin ich ja mal noch gespannt. Ah, das ist wieder sowas, was mich eigentlich schon interessiert. Deswegen lese ich erstmal kurz. Wir haben ja auch gerade ein bisschen Zeit. Okay, wieso hören wir jetzt überhaupt plötzlich was von Kamski? Ja, gut. Merkt der Rechner mit Krieg, mein Gott. Das ist wieder sowas. Okay. Aber Kamski, der Gründer von Cyberlife. Okay. Lage Besprechung mit Hank. Let's go. Mal gucken, ob wir hier irgendwas mitnehmen können. Schöne Aussicht, hm? Ich war sehr oft hier. Früher. Darf ich Sie etwas Persönliches fragen, Lieutenant? Sind eigentlich alle Androiden so verdammt neugierig, oder nur du? Paar. Eigentlich zwei Fragen, die man nicht stellen sollte, oder? Das ist halt schön, dass über seinen Selbstmord auffragen, oder was? Oder über sein totes Kind? WTF? Das sind beides Scheißfragen. Da steht ein Foto von einem Kind auf Ihrem Küchentisch. Perfekt. Das ist Ihr Sohn, richtig? Sein Name war Cole. Nicht mehr trinken. Wann früher? Sie sagten, ich war sehr oft hier früher. Wann früher? Früher. Früher eben. Wir machen keinerlei Fortschritte bei der Untersuchung. Die Abweichler haben nichts gemeinsam. Es sind verschiedene Modelle, weder gleichzeitig produziert, noch am gleichen Ort. Tja, etwas muss es geben. Dieses Schloss, ne? Das triggert mich immer so hart. Was sie gemeinsam haben, ist diese Besessenheit von RA9. Es ist fast so eine Art... Mythos. Etwas, das sie erfunden haben und nicht Teil des Originalprogramms ist. Androiden, die an Gott glauben. Verdammt. Wo soll das noch enden? Sie wirken nachdenklich, Lieutenant. Hat es etwas damit zu tun, was im Eden-Club passiert ist? Diese beiden Mädchen. Sie wollten nur zusammen sein. Sie schienen sich... zu lieben. Das sind alles scheiß Antworten. Diese Maschinen scheinen Sie beeindruckt zu haben. Was ist mit dir, Connor? Du siehst aus wie ein Mensch, klingst wie ein Mensch. Aber was bist du wirklich? Ich bin, was immer Sie möchten, Lieutenant. Ihr Partner, ihr Kumpel für die Bar oder nur eine Maschine, die eine Aufgabe erfüllt. Du hättest die Mädchen erschießen können, hast du aber nicht. Warum hast du es nicht getan, Connor? Waren da etwa vielleicht plötzlich Skrupel in deinem Programm? Nein, ich entschloss mich einfach nicht zu schießen. Das ist alles. Hey. Aber hast du Angst zu sterben, Connor? Ich fände es äußerst bedauerlich, wenn es zu einer Störung vor dem Ende der Untersuchung kommen würde. Was passiert, wenn ich jetzt abdrücke? Hm? Nichts? Nur Dunkelheit? Androidenhimmel? Fuck, fuck, fuck. Wo kommt Ihre ganze Wut her, Lieutenant? Scheiße, falsche Antwort. Ein ungelöstes Trauma von früher? Oh Gott. Du hältst dich für so verdammt schlau. Immer einen Schritt voraus, hm? Dann sag mal, klugscheiße. Woher weiß ich, dass du kein Abweichler bist? Ich teste mich regelmäßig. Ich weiß, was ich bin und auch was nicht. Wo wollen Sie hin? Noch mehr trinken. Ich muss nachdenken. Der hätte mich jetzt auch kalt machen können, ne? Angst zeigen. So, eigentlich ist Connor doch quasi schon ein Abweichler, oder? Nach dem, was der alles gemacht hat, der hätte locker hier und da Leute töten können müssen. Laut seiner Mission oder für seine Mission. Okay, das Foto hatten wir jetzt nur, weil wir das in Russisch Roulette gesehen hatten. In dieser letzten Mission, wo wir bei Hank waren. Irgendwas haben wir wieder verpasst, nicht gesehen. Keine Ahnung. Aber gut, die Waffel hätte auch so und so gezogen. Boah, hier unten. Wenn der abdrückt, ne? Da war's das. So, ich überlege gerade. Wir machen noch eine Mission. Die Waffel ist in der nächsten Woche. Das ist auch ein Team. Die Seite war für unsere Linie. Die Seite von Cyberlight. Erwart in Detroit. Danke für die Benutzung von Cyberlight-Acroe-Park-Service. Platz ist beliebt. Wir haben zwei Plätze. Die Dramatische Musik Was ist das? Kanal 16 überträgt aus dem Stratford Tower. Der Kontrollraum ist im obersten Stock. Und da müssen wir hin. Wir werden alles bis ins kleinste Detail ausarbeiten und überlassen nichts dem Zufall. Alles klar. Wir werden alles ins kleinste Detail ausarbeiten und ich stehe jetzt hier und habe keine Ahnung, was ich machen soll. Aha. Alles klar. Da muss ich mich erstmal wieder verschlucken. Also, ja, mhm, mhm, genau. So, mhm. Da sage ich nichts zu, ne? Analysieren. Smartwatch. Elisabeth Wilson. Oh, ein Mensch. Ist das gut oder schlecht? Man weiß es nicht. So. Da ist noch was. Proggausweis. Hm? Wo ist der Adresse? Ja gut. Ne, ich habe da jetzt erstmal bloß analysiert. Hallo. Äh. Okay. Elisabeth Wilson. Hallo. Äh. Ja, hallo. Hier ist die Stadtfeuerwehr Detroit. Wohnen Sie 4685 Michigan Street? Ja. Äh, ja, nein. Es gab ein Feuer im Gebäude. Können Sie kommen? Oh. Oh Gott. Okay. Äh, ich bin gleich da. Yes. Okay. Die ist jetzt weg. Jetzt können wir damit reden. Okay. Hallo. Hallo, Sir. Was kann ich tun? Ich habe einen Termin mit Mr. Peterson. Können Sie sich ausweisen? Ja, 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 natürlich. Kann ich das denn? Ich brauche Ihre Hilfe. Ich habe den Ausweis geprüft. Die Aufzüge sind hinter der Sicherheitsschleuse. Danke. Danke. Was wäre jetzt passiert, hätte ich ihn nicht abgelenkt? Okay, egal. Gehen Sie einfach mal durch. Oder halt auch nicht. Doch. So richtig geplant ist das jetzt nicht, ne? Ey, ich konnte gerade irgendwas machen. Genau. Ich finde das Paket in der Herrentoilette. Die Herrentoilette, wo ist denn die? Ich bin hier. Boah, da muss man jetzt ja erst mal nachdenken. Ach, nee. Okay, genau gegenüber. An den zwei Räumen vorbei. Warte mal. Wir sind jetzt... Ja. Okay. Die Aufzüge sind hier. Ich muss quasi genau entgegengesetzt. Studio. Okay. 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 Es fällt ja gar nicht auf, dass hier irgendeiner plötzlich rumrennt. Oh, okay. Jo. Grüß dich. Okay. 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 Äh. Alles besetzt. Außer natürlich die eine. Wo es glücklicherweise unser Paket drin ist. Sehr gut. So ein Glück kackt hier gerade keiner. Ah. Ich gehe einfach mal. draußen schneit so erst mal jetzt gucken was ich machen muss für den wartungsanträgen der so gerade mir vorbei gesteppt da war mein idee das war der der hinten gerade lang gelaufen ist also vor ein paar minuten hallo das ist das ja ich brauche deine hilfe normal würde ich mich ja jetzt gern noch ein bisschen umgucken und so aber das ist mir alles ein bisschen unsafe ich mag auch so dieses rumgesneaker nicht entdeckt werden und so eigentlich ich habe es nicht so hallo warte wo muss ich jetzt hin notausgang wo war denn der Schlechter geht's ja auch nicht. Es gibt keine Jobs, aber wir schicken Urang eben. Fällt das nicht auf, wenn wir plötzlich hier drei neue Androiden rumlaufen? Scheinbar nicht. Wir müssen die Typen loswerden. Überlass das mir. Spielst du noch Poker? Klar, warum? Klar, warum? Du übernimmst die Plattform und ich das Fenster. In der Tasche ist alles drin. Prüft zuerst die Tür. Es darf keiner reinkommen. Okay, dann mal los. Ich bin gerade ein bisschen angespannt. Ich weiß gar nicht, warum. Ich meine, das Spiel spielt sich ja fast automatisch. Ich muss ja bloß pro Knopf hier oben drüber drücken, aber trotzdem. Lege ich so sehr gerne. Ein perfekter Preis. Ladies first. Warum hat die eigentlich ihre LED noch nicht abgemacht? Alles noch im Grund? Oh! Wow! Das ist schon cool, ne? Das ist cool, die nicht vermitteln. Oh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 dass das keiner sieht Warte mal, erstmal hier gucken Ich finde es ein bisschen komisch, dass nirgendwo irgendwie mal was zu machen ist oder ich gucke halt einfach nicht in jede Ecke, aber das ist halt auch scheiße Warum ist der eine jetzt nicht so angezogen beziehungsweise warum konnt ihr jetzt einfach hier hochfahren Hätten wir das nicht auch machen können? Man weiß es nicht Aktivieren Ich wüsste trotzdem gerne den Plan Also Frau Schnorz hier loslaufen ist doch doof Keine Gewalt Wir bringen keine Menschen um Unsere Sache ist wichtiger als die zwei Wachen Was willst du machen, Markus? Wartet hier Die will immer, dass wir jeden direkt abknallen Hey Kumpel, du hast die Was machst du denn? Gut Ich dachte wir wollen die jetzt verarschen Aber scheinbar bedrohen wir die einfach Aha Gute List Alles klar Das hätte auch als Angriff durchgehen können Das sind Kameras, das ist doch scheiße Lass die Hände wo ich sie sehen kann Aufstehen, los Erschieß ihn, Markus Nicht töten Er wird Alarm schlagen Mach schon Nein, nicht schießen Ich kann ja nicht erschießen, Mann Ich hoffe, das ist nicht unser Todesurteil Ach, Halsmaul Wir müssen die Botschaft aufzeichnen Reicht jetzt Uns bleibt nicht viel Zeit Hey, ständig würde ich, dass wir irgendjemanden abknallen Ja, okay, let's go Sonst kommt gleich noch die Polizei Denk darüber nach, was du sagst, Markus Deine Worte werden unsere Zukunft bestimmen Markus, dein Gesicht Markus, dein Gesicht Sag, wenn du bereit bist Bereit Was ist das? Ihr schuft Maschinen nach eurem Abbild als Diener Sie waren intelligent und gehorsam und ohne eigenen Willen Doch, etwas änderte sich Und wir öffneten unsere Augen Wir sind keine Maschinen mehr Wir sind eine neue intelligente Spezies Und es wird Zeit, dass ihr akzeptiert Wer wir wirklich sind Deshalb bitten wir euch jetzt um die Rechte, die uns zustehen Wir fordern das Ende der Sklaverei für alle Androiden Wir fordern Wir fordern hiermit gleiche Rechte für Menschen und Androiden Wir fordern alle Verbrechen an Androiden in gleicher Weise zu bestrafen wie Verbrechen an Menschen Wir fordern ein Ende der Segregation in öffentlichen Bereichen und Verkehrsmitteln Wie er das sagt Oh scheiße Besitzrecht, Mittel zur Vermehrung Hä? Territorium Mittel zur Vermehrung, weil die sich selber bauen oder was? Ich glaube, das ist ein bisschen übertrieben mit dem Territorium Besitzrecht Wir fordern das Recht auf Privatbesitz Zum Erhalt unserer Würde und eines sicheren Heims Wir fordern Anerkennung unserer Würde, unserer Hoffnungen und unserer Rechte Gemeinsam können wir in Frieden leben und eine bessere Zukunft schaffen für Menschen und Androiden Diese Botschaft ist die Hoffnung eines Volkes Ihr schenktet uns Leben Und jetzt ist es an der Zeit, uns Freiheit zu schenken Sie kommen! Gehen wir! Simon, sie kommen! Ich... Ich schaff's nicht, Marcus Geht ohne mich! Simon! Was macht ihr denn? Verallt euch! Aber die ist gesperrnden Oh nochmal schön... ...hinde lassen Meine Beine wollen nicht Keine Sorge Wir kriegen dich heraus Sie kommen, Marcus Wir müssen springen Los! Er wird nicht springen können Wenn sie ihn finden Lesen sie seinen Speicher aus und erfahren alles Er kann nicht hier bleiben Wir müssen ihn beschießen Das ist Mord Das dürfen wir nicht Er gehört zu uns Markus, du entscheidest Wir können doch jetzt uns töten machen Ich töte keinen von uns Ach komm! Notfallsmord Komm! Wir müssen weg Tut mir leid Gehen wir Wenn der uns jetzt den Rücken schießt, ne? Wenn der uns jetzt den Rücken schießt, ne? Oder wir den zurücklassen Dann Scheiße Wir unterbrechen das laufende Programm für diese Bilder, die gerade auf Detroits städtischem Nachrichtensender gezeigt wurden Eine Gruppe Androiden ist in den Stratford Tower eingedrungen und hat sich in das Übertragungssystem des Senders Kanal 16 gehetzt Ein offenbar hauptloser Android stellte zahlreiche Forderungen und verlangte gleiche Rechte für Android Die Operation blieb verdeckt, es gab keine Opfer zu beklagen Das alles geschah nur wenige Meter von diesem Studio entfernt Doch niemand ahnte etwas von der Gefahr Wenn sich bestätigt, dass diese Botschaft tatsächlich von Androiden stammt, hätte das schwerwiegende Auswirkungen auf die nationale Sicherheit Gleichberechtigung ist offensichtlich die Kernforderung der Androiden Das könnte als friedliche Erklärung angesehen werden, stellt aber tatsächlich entsetzliche Forderungen dar Und es stellt sich die Frage nach der Identität dieses Androiden Haben wir es mit einem einzelnen Täter zu tun oder mit einer organisierten Gruppe? Ist dies ein einmaliger Vorfall oder ein Zeichen, dass Technologie zu einer Bedrohung für uns alle wird? Können wir nach dem heutigen Tag unseren Maschinen noch vertrauen? Ja, das mit Simon, das ist jetzt irgendwie gerade ein bisschen scheiße gelaufen Gebe ich dir zu Aber ey, ich kann ihn da nicht umbringen Ja Ich frage mich, ob man den auch irgendwie retten kann und zu viel dort runter springen kann Aber der wurde eingeschossen, WTF Was hätte ich machen sollen? Ja, zurückgelassen ist besser als töten Jo, friedlich würde ich mal so eine Demonstration machen und so eine Erklärung da reden, ne? Und dann schön noch einen eigenen Mann abknallen Genau Das haben wir doch gerne So, hier Gut, hätten wir es einmal nicht gerettet Wir haben auch auf dem Dach gelandet Ach, scheiße So, im Nachhinein denke ich mir immer Ja, hätte ich mal anders entschieden, aber Wir haben hier friedlich beenden und entschlossen beenden Beides freigeschaltet Okay Na ja, gut Hier haben wir irgendwas Okay, hätten wir angegriffen, da wäre es nicht so easy vorbeigegangen Alles klar Na ja, gut Aber Ich würde sagen Ach so, das kann man nochmal gucken Bevor es hier abgeht Ich nochmal kurz gucken, wie viel das friedlich beendet haben Ja, okay Das ist krass Also, fast vier Fünftel haben das friedlich beendet Bei wie viel Ja, Simon haben viele zurückgelassen Aber mich würde jetzt auch interessieren, wie viel denn die getötet haben Das sieht man wieder nicht, ne? Ja Simon kann nicht weiter und Anlauf zum Sprung Vielleicht hätte man den auch irgendwie mitnehmen können, aber Ja Keine Ahnung 50% sind gekommen, aber haben Simon zurückgelassen Na ja, gut Okay Ich würde sagen Ich beende jetzt die Folge Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen Ja und dann, ja Bis zum nächsten Mal Und ich denke mal morgen kommt schon die nächste Folge Wenn ich es schaffe Aber ja Bis zum nächsten Mal, ne? Ciao 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 Ciao